Servus ihr Lieben, da ist wieder die Cheaterin. Die Zähne sind draußen, alle von meiner Kleine. Gott sei Dank. Aber dementsprechend müssen sie jetzt einer gewissen Reinigungszeremonie unterzogen werden. Meine Kleine dachte bisher, dass das zweisekündige Mund an die Luft halten, die Zuckerstoffe von ihrem Zahnweiß entfernen würden. Ich denke das nicht, das führt zu einem Konflikt. Jetzt hat mir eine gesagt, benutze doch die Zahnputz-Handy-App. Leute, kann denn ohne dieses blöde Ding nichts mehr in einer Kindererziehung funktionieren? Es gibt die Einschlaf-App, es gibt die Kinderfitness-App, die Schreib-App, die Mal-App, die Buchstab-Bier-App, die Klavierspiel-App, die Musik-App und jetzt auch noch die Zahnputz-App, vernetzt mit der Zahnbürsten und dazu gibt es auch noch Tipps fürs gewaltfreie Putzen. Da tanzen dann irgendwelche Monster auf den Zähnen herum, die verschwinden erst, wenn die Kleine richtig putzt. Oder es tanzt ein Haifisch im Maul umeinander zum Schrubb-Schrubb-Schrubb-Schrubb-Ohne-Druck-Song ganze fünf Minuten und erst dann hört er auf. Wer will denn bitte einen Haifisch in seinem Maul umeinander hupfen sehen? Ich nicht. Zu meiner kindlichen Zahnputz-Karriere hat es nicht einmal kindgerecht schmeckende Zahncreme gegeben. Da war nichts mit Apfel oder Erdbeer. Und diese Pfefferminz-Menthol-Mischung hat sich in meine Mundhöhle hineingebrannt. Und du hattest das Gefühl, du putzt deine Zähne mit einer Fiss-Scheuermilch einhergehend mit dem Verlust des Zahnschmelzes. Und meistens hat der Nono im Bett irgendwie zufällig nur einen Schokokeks gefunden. Meine Kleine findet da nichts und auch kein Handy am Waschbecken, wo sie sich mit tanzenden Monstern oder Haifischen unterhält. Ich habe einen Tipp. Ich unterhalte mich noch mit ihr selbst und tanze zehn Minuten mit einer Zahnbürsten im Maul zum Schrubb-Schrubb-Schrubb-Schrubb-Ohne-Druck-Song. Und wisst ihr, was passiert? Sie putzt freiwillig, damit die Mama ganz schnell damit aufhört.